Hallo Sammelfreunde, herzlich willkommen zur Verlängerung im Finale der YouTuber-Sticker-WM. Und damit Hallo bei diesem neuen Collectors-Video. Die YouTuber-Sticker-WM geht in die Verlängerung, nachdem wir letzte Woche beim Finale eine irre spannende Abstimmung hatten, die letztendlich unentschieden ausgegangen ist, müssen Hendrik und ich nochmal ran und versuchen jetzt mit drei weiteren Stickertüten den Sieger im Finale zu ermitteln. Es geht also wieder bei Null los. Wir öffnen beide drei Stickertüten, suchen uns den aus unserer Sicht besten Spieler aus und ihr stimmt dann darüber ab, welcher von beiden eurer Meinung nach der bessere Spieler ist. So und dann wollen wir doch mal schauen, wer für mich in der Verlängerung antreten wird. So, wir beginnen mit einem polnischen Nationalspieler, das ist Kamil Glik. Dann haben wir Yassin Meria für Tunesien, das Mannschaftsbild von Kolumbien. Miele Jedinak für Australien und ein Stadionbild von Ekaterinburg, mit dem ich leider gar nichts anfangen kann. Hier sicherlich der stärkste in dem Päckchen Kamil Glik. Aber um den Sieg in der Verlängerung davon zu tragen, wird das mit Sicherheit nicht reichen. Da muss schon noch was Besseres kommen. Eja, Kutepov. Dann haben wir Federico Faccio vom AS Rom. Das Wappen von Uruguay als Glitzerbild. Sadio Mane von Liverpool. Na, das ist doch mal was. Und nochmal ein Stadion, das Fischt Stadium in Sochi. Das wir auch schon von den Olympischen Spielen kennen. So, aber da haben wir doch mit dem Champions League Endspielteilnehmer Sadio Mane einen richtig guten gezogen. Und aus meiner Sicht war auch er derjenige, der im Finale auf Seiten von Liverpool am meisten überzeugt hat. Aber wir schauen mal, was das dritte Päckchen bringt. Volgograd Host City Poster. Yassin Maria. Der drängt sich ja geradezu auf. Aber ein Tunesien in dem Fall zu schwach. Wilma Barrios aus Kolumbien. Dann haben wir noch Raul Jiménez aus Mexiko. Und Christian Gamboa für Costa Rica. Aber das in dem Fall nichts, was für ein Duell reichen würde. Und ihr habt es ja eben schon vernommen. Meine Entscheidung daher, Sadio Mane vom FC Liverpool, der bei der WM für Senegal auflaufen wird, ist mein nominierter Spieler für die Verlängerung. Ich bin sehr gespannt, wen Hendrik ins Rennen schickt. Wenn ihr sein Video noch nicht gesehen habt, dann solltet ihr das jetzt als erstes tun. Und dann geht es anschließend zur Abstimmung. Beide Links findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Die Abstimmung läuft 24 Stunden und danach haben wir dann hoffentlich den Sieger der YouTubers DKWM ermittelt. Ich persönlich hoffe, dass ihr ein bisschen Spaß an diesem Format hattet. Und möchte abschließend natürlich auch nochmal dem Veranstalter SoccerTV5 für die komplette Organisation des Ganzen danken. Denn sowas will ja auch ein bisschen koordiniert werden. Das ist auch nicht immer ganz einfach, da acht Leute unter einen Hut zu bringen. Und daher auch mein Dank an die anderen Mitspieler, die sich da entsprechend auch engagiert haben. In der Videobeschreibung findet ihr alle acht Teilnehmer mit ihren Kanälen auch nochmal aufgelistet. Also schaut ruhig bei allen anderen auch nochmal vorbei und lasst ihnen ein paar lobende Worte für das Turnier da. Denn jeder YouTuber freut sich, wenn er für seine Videos auch ein bisschen positives Feedback bekommt. In dem Sinne dürft ihr mir, wenn es euch gefallen hat, natürlich auch gerne ein Like dalassen. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht regelmäßig dabei seid und künftig nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss. Da noch ein leеть那��. Und dann kann es euch Quem des Nadal ja sonst geb guests stigma sein. Dos ist vielleicht ein paar Kr assisting.